Unser offizieller Ärmelpartner, die neue Mario-Feinkost, präsentiert die heutige Pressekonferenz. Dann darf ich Sie und Euch begrüßen zur Pressekonferenz nach der Partie zwischen dem Esserwaldhof Mannheim und dem VfB Lübeck. Von 9.368 Zuschauern endet die Partie mit 2 zu 2. Auf dem Podest die beiden Cheftrainer Rüdiger Rehm und Lukas Pfeiffer. Herr Pfeiffer, Ihr Stable zum Spiel. Ja, vielen Dank. Hallo zusammen. Ich glaube, wir haben ja heute gerade in der zweiten Halbzeit ein wirklich gutes Spiel gesehen, das hin und her ging, das zum Schluss auch auf Messers Schneide stand und hätte in jede Richtung gehen können. Mit unserer ersten Halbzeit sind wir gar nicht zufrieden, da haben wir nicht unser Spiel auf den Platz gebracht und ich habe das den Jungs auch gesagt, ich kann mit Rückständen leben, womit ich nicht leben kann, das werden wir eben nicht unser Spiel spielen und das haben wir in der zweiten Halbzeit gezeigt. Da wurden wir auch noch mit einem Punkt belohnt am Ende. Von daher sollte das auf jeden Fall Selbstvertrauen geben und auch Kraft jetzt für die nächste Aufgabe in München. Euch wünsche ich auf jeden Fall alles Gute, viel Erfolg und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Danke. Vielen Dank, Herr Pfeiffer. Rüdiger, Dein Steppen zum Spiel. Ja, ich glaube, dass wir eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen sind. Natürlich haben wir uns insgesamt alles ein bisschen anders vorgestellt. Die erste Halbzeit, mit der war ich sehr, sehr zufrieden natürlich. Wir haben vieles von dem umgesetzt, was wir umsetzen wollten, was wir im Endeffekt auch uns vorgenommen haben. Wir hatten dann kurz vor der Halbzeit, nachdem wir in 1-0 Führung waren, kurz vor der Halbzeit ein bisschen Glück, beziehungsweise eine super Abwehraktion von Tim Sechelmann, der den Ausgleichstreffer verhindert. Wir haben dann im Gegenzug, machen wir das 2-0, eigentlich sehr psychologisch absoluter Vorteil plus für uns. Und das war natürlich ein sehr, sehr guter und wichtiger Moment. Wir gehen in die Halbzeitpause rein, haben dann, ja, nach der Halbzeitpause im Endeffekt die Chance zum 3-0 mit Samu Abifade. Lassen diese Chance liegen und in dem Moment, klar, lässt man den Gegner am Leben. Und dann kommt eine Standardsituation, wo das 1-2 fällt. Ja, klar, Lübeck hatte nichts mehr zu verlieren, wollte natürlich alles nach vorne werfen, schon beim Stand von 0-2. Größeres Risiko gegangen, wir haben was zu verlieren, das ist typisch dritte Liga. Und am Ende geht es dann 2-2 aus, wir hatten auch die Chance zum 3-1 noch mit dem Pfostenschuss. Aber das ist halt, wenn du den Deckel nicht drauf machst, ist das Spiel immer noch offen. Und am Ende ist es leider so gekommen, dass wir eben nur mit dem Punkt jetzt leben müssen. Ja, wir werden die Mannschaft weiterhin vorantreiben. Ich denke, wir haben sehr, sehr gute Ansätze gesehen. Aber es ist natürlich nicht möglich, dass wir jedes Mal dann diese zwei Gegentore schlucken. Da müssen wir gehörig dran arbeiten, müssen gucken, dass wir das verhindern. Und dann eben oder eben das 3-0 machen. Ich glaube, dann wäre Lübeck heute nicht mehr zurückgekommen. Danke. Vielen Dank, Rüdiger. Gibt es Fragen der anwesenden Pressevertreter auf Handzeichen? Will mir das Mikrofon kurz reichen? Dann Thorsten Hof, bitte für den Mann haben wir morgen. Ja, vielleicht an beide Tränen. Die Szene zum 2-2 war ja dann relativ umstritten. Vielleicht Ihre Einschätzung dazu. Ich weiß nicht, ob Sie schon auf die Fernsehbilder geschaut haben. Da müssen wir einen Schiri herholen, weil wir können ja die Regeln nicht. Ich bin nicht in der Regelkunde wahrscheinlich durchgefallen, obwohl ich es bestanden habe. Aber ich habe es vermutlich nicht geschafft. Oder jetzt zumindest würde ich es nicht mehr schaffen. Mehr gibt es da nicht. Dazu nichts zu sagen von meiner Seite. Kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Ja, ich stehe auch 60 Meter weg, bin mit Jubeln beschäftigt, freue mich über das Tor. Die Diskussionen, die dann aufkommen, die lassen wir laufen. Da beteiligen wir uns natürlich nicht. Am Ende freuen wir uns einfach über das Tor und bewerten müssen das andere. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir den Gästen aus Lübeck eine gute Heimreise und viel Glück in der englischen Woche. Und wir sehen uns dann wieder am Dienstag in Dresden. Bis dahin. Dresden. 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 Vielen Dank.